Oh, oh, oh ja. Let's go, let's go, let's go. Go, 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 go. Uiich! Flash, Flash, Flash. Und weiter. Arthrox. Weiter, weiter, weiter. Rauf da, Jungs, rauf. 5 Sekunden auf Snare. Und raus. 3 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden. Geht noch, geht noch, geht noch. Den hab ich trotzdem. Den hab ich, den hab ich, den hab ich. Was hab ich benutzt? Geht nur noch fort. Oh mein Gott, games gewonnen. Ich dachte doch das geht. Wir kommen auf, wir kommen auf. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der hat mich gewonshottet. Och mann, alter. Als ich 3 Waves vom Tower-Diener hätte ich den ganzen vorgenommen. Wenn Aris halt vorbei wäre. Das ist korrekt. Oh. Hä? Hä? Äh. 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 Let's go. Oh mein Gott. Aber wir können hier den Drake mitnehmen. Im Prinzip, wir hätten Double-Cleanse spielen müssen. Das ist der einzige Weg, wie wir nicht sterben auf level 6. Legit, ich übertreibe nicht mal. Ja, das stimmt sogar. Das ist so ein dummer Aids-Haufen, ey. Katharine geht da aber richtig, Danny. Der wird mich gefaced. Ich lass den nicht Q. Doch, lass ich irgendwie. Oh! Oh, ist so stark. Alter, wie ist denn der da gerade weggehemmt worden? Oh, krass. Ich lass schon mal Harald mit. Der Fettelsticks ist einfach... Ich komm aber auch. Ich komm von Topstar dazu. Oh, komm. Oh, das haben wir. Haben wir. Nein, das war ein Fehler. Den krieg ich noch. Komm, Q. Oh mein Gott. Du Scheiß, Inter. Alter, da hab ich den mit der Spitze schon ein bisschen am Pogo gekitzelt, ey. Reicht halt leider nicht. Ach so, ja, Inhab, weiß ich nicht. Hat der Felsix gehuldigt? Ja, ja, ja. Er hat geflasht. Ja, ich glaube. Laufanimation. Oha. Es gibt's Nation. Ja. Auf jeden Fall ein teureres. Kann man sagen. Kann man sagen. Können wir den wirklich machen? Kann man sagen? Kann man sagen? Kann man das machen? danach können wir direkt weg zu holen und dann sollte das auch ein gutes spiel gewesen sein schon noch ein 300 smile da habe ich heute aber auch mit ja ich sag ja penta nein was verstehst du eigentlich nicht in der penta ja komm hier ja 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 scheiße ich mache so perversen schaden ungelogen so total aber warte mal warte mal dann müssen wir noch ein inhibitor machen wenn da war so nummer zwei mal 0 ist wieder wenn man kann überhaupt noch ja ich will einfach endlich gemacht macht deckel zu nicht meine herrlich ja ein schönes spiel ein schönes spiel keiner ist war ein schönes spiel ganz gar nicht so gut einschätzen für schaden so ein dakar was thrash macht also tatsache spiele ich den ziemlich oft in normal games in dakar was thrash und ich kann dir sagen am anfang ist der damage noch ernüchternd ja kann ich jetzt so nicht bestätigen ja die ist da ja das war glaube ich eher der blitzcrack der mensch gerade so level 4 hocken hat halt auch schon zu 200 damage geführt ich werde gleich resetten damit wir den rake contest meinst du merkel sind hier ganz gut in dem game oder ja ich werde gleich reset damit wir den rake contest ja so ein bisschen glaube ich sind die schwimmen ganz gut aua das waren 300 damage auto check von dem kollegen hier in der round die ist alleine die ist alleine ja ja das tut nice das ist gut ich komme auch zu dir runter ich bin on my way jojo ich komme ich nehme mir die pflanze ich bin da nice ich hab nix mehr drake oder ja ja drake hört sich gut an dianas top rack hat auch der ist 2-6 ja Darius scheiße ich hab zwar kein smite aber eigentlich ja der ist noch top gerade ja wir rennen auch schon auf den finalen drachen schön das war knapp als erwartet da hat der hackstringer reingekickt joo ich werde little tot oder ich bin hier am star oh warte ich bin tot was ein pfeil alter die haben einfach keinen damage die gegner ja ich war da echt kurz fast gebürstet worden aber dann gutes game gutes game ich hab so harte warner probleme holy shit der hat hunger ja hat mir sogar den kick gelassen ehrenmann das war glaube ich in der champion select relativ predictable interesting aber niemand schreibt ne ich hätte gesagt jetzt geht die flamenkolle richtig los ich weiß auch nicht was ich ach so queue up diana ok doch vor allem die diana wird geflamen von allen spielern ausgerechnet die diana ich bin am start jetzt bin am start am start ja legend wer ist marcus alter mcdonalds 42 ist mein neuer mann naja das gefühl du ersetzt relativ schnell leute ne 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 es geht halt nur um die aktuelle performance die vergangenheit ist die vergangenheit weißt du äh kyana wird around sein wenn die so schwingen glaube ich schau ja da ist die kehrt ja reichte ja ja 6 kills ja sie rollt es ist so dumm so ein champion zuzugucken ne rollt einfach irgendwo alles rüber und ist dabei auch noch level 8 inzwischen oh my god das ist echt nicht witzig den fight zuzuschauen ich bin da aber das wollte ich eigentlich nicht tun und er hittet auch noch ach es ist so sad man die hat glaube ich noch flash ich glaube ja hab sie nice ah das war richtig wichtig cp top wo ist kyana ist die frage ja die war toplane eben wird gebast sein hat aber fünfer boots das ist die fix egal dass wir tot gehen ja natürlich aber das war wichtig nice ne wir kriegen hier nix ich bin auch mal away ich komme von hier unten ja kommst du dir kommst du dir ja komm wir hier oben nice ja ich bin ziemlich low doch der ist reingeflasht ja wir können einfach wir können tun ja true true asia ist wieder am leben der macht das schon auch ziemlich aua das liegt an uns das können wir schaffen ja diana ist auch stark castio ist halt weak aber sie hat trotzdem zwei items also die ist halt abgefuckt worden aber theoretisch ist sie auch nicht so weak und kaiser ja die wird langsam aber also ich darf mich halt auch nicht von kyana one shotten lassen dann ist das ja wenn das so ist wie eben und sie einfach ihre spells für mich benutzt das hält super gut ja gut das ist auch ein bisschen toll gewesen lol ach man herrlich meinst du die go of legends hat aktuell ein bisschen damage im spiel oder ja ich weiß nicht können wir den ash machen genau wo drauf du ihn gegen asia genau i'm not sure gegen asia ist risky so aber der ist mini ne der ist mini ne oh oh ich sterb hier ne ich so das nicht der toll komplett weil ich habe gerät meidet also ich habe kein smile jetzt mehr ja sie sind aber sie hat irgendwie noch gar kein damage ja der war auch glaub ich ein bisschen grad der einfach ist dann bisschen überfordert ja der gesamte situation ah die denken einfach ich habe es mal oh mein Gott das sah so knapp aus der hat ff'd ja ich hatte eigentlich geholtet weil ich gedacht hat der flash sofort rüber aber er hat sie einfach ne brauche ich jetzt auch nicht mehr ganz ehrlich ja ich kann ich will nicht durch den jungle gehen das werde ich gecatcht das weiß ich auch nicht was ich gemacht bin ich ehrlich auch ach da haben wir doch keinen die anderen können dich verloren gerade ich glaube wir werden hier das game verlieren ok der turn schon mal alleine wir haben eine kaputte base wenn es so weiter geht und kaiser hat auch grad einen Anfall bekommen aber wie willst und kaiser tp'd in die base und wird dann von kyana gewonnen shotted ne du wirst von kyana gewonnen shotted wow ich dachte die hat schon geported ich bin einfach nur gerannt um die backpots abzubrechen ja aber war hast ja auch gemacht ne die attack durch den turrets hast du deswegen das ist akzeptabel schön nice one also bis auf diese bis auf meinen gehirnausfall eben gerade ja das war das Problem man fühlt sich einfach zu sicher mit GA weißt du was ist das Problem du dachtest ach komm ich hab GA da kann ich das schon mal machen ich weiß ich weiß nicht ob das an GA lag vielleicht hatte ich halt wirklich auch einen kurzen Aussetzer es kann natürlich auch sein